So Freunde, wir sind jetzt hier in Willig und ich gucke mir jetzt mal hier, weil ich das im Internet gesehen habe, bin ich jetzt mal vorbeigefahren, um mich selber zu überzeugen. Hier entstehen neun Einfamilienhäuser. So und ich wollte mir das mal angucken, wie schön das doch hier ist. Könnt ihr mal gucken, hier schöner. So, hier ist die Gegend, hier ist sowieso schon ne Häusersiedlung. Ja, jetzt habe ich mir das mal angeguckt, ist ja alles ganz schön, ne? Herzlich willkommen in Deutschland!